Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 22. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1028. Heute mit den folgenden Themen. Neon, China, Ted Lasso, Fritz OS 727, Fritz Repeater 6000 und Tesla. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema. Und das ist das Schweizer Fintech und die erfolgreichste Neon Bank der Schweiz. Erst seit zwei Jahren gibt es die Bank. Ich hätte gedacht, ich hätte schon länger ein Konto da, wie die Zeit auch vergeht im rasenden Tempo. Und die haben gerade erst eine grössere Finanzierungsrunde durchlaufen. Jetzt aber möchten sie einen Schritt weiter gehen und zwar mit Crowdinvesting. Das heisst, du, ich und ein jeder da draussen und jede da draussen kann helfen zu investieren und in mindestens 500.000, maximal aber 1,499875 Millionen Schweizer Franken zu werfen, sodass es eben noch schneller vorwärts geht und ihr euch gleichzeitig partizipieren könnt an dem Unternehmen, dem Gewinn und der zukünftigen Entwicklung. Ja, finde ich eine tolle Geschichte. Würde ich gerne auch ein bisschen in die Richtung was machen, mal schauen. Per nächste Woche geht es los. Genau, zwischen 28. Juni und 4. Juli habt ihr die Möglichkeit, da mit rein zu investieren. Schaut es euch mal ein bisschen genauer an. Dann würde ich doch sagen, gehen wir weiter zum nächsten Thema und das ist China. Das geht genau in die andere Richtung. Da wurde nicht aufgewertet, sondern abgewertet. Schon länger ist China der Bitcoin- und Kryptowährung generell ein Dorn im Auge. Ich denke, zum Teil wegen der Umwelt und so weiter, wie sie natürlich sagen, dass da dem privaten Haushalt, aber auch den ganzen Firmen plötzlich der Strom ausgehen könnte. Der andere Teil der Wahrheit ist natürlich, dass der Bitcoin nicht nachverfolgbar ist und somit natürlich auch etwas, was China gar nicht mag. Etwas, was sie nicht nachverfolgen können. Ja, China dreht jetzt den Saft ab. Zumindest haben sie das einer dieser Crypto-Mining-Firmen schon getan und die Fabrik oder wie sagt man dem, die Halle da stillgelegt. Wenn man das Ganze anschaut auf dem Bereich der Umwelt, dann ist das natürlich schon eine ziemlich heftige Geschichte, wenn man bedenkt, dass da nur ein paar wenige Menschen daran partizipieren und sich bereichern können und es so viel Strom säuft wie Holland oder doppelt so viel Strom säuft, wie wir hier in der Schweiz verbrauchen. Und das sind natürlich dann schon heftige Zahlen und ein Ding, weshalb es sicherlich nicht verkehrt ist, wenn China vorgeht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass circa zwei Drittel oder vier Fünftel sogar vom ganzen weltweiten Mining auf die Kappe von China geht. Ja, das Traurige wird wahrscheinlich nur sein, dass es jetzt dann irgendwo in einem anderen Billigland weitergeht, wo dem dann der Strom fehlen tut. Mein Gott, superdeutsch wieder mal. Gehen wir weiter zu einer Streaming-Serie, auf die ich mich schon freue. Zumindest auf die zweite Staffel, die Erde habe ich schon gesehen. Auf Apple TV Plus gibt es ab 23. leider erst Juli, Ted Lasso, die Staffel 2. Und jetzt ist er endlich draussen, der offizielle Trailer. Was hatte ich Freude, mir den anzuschauen. Ich freue mich ja schon sehr, sehr auf die kommenden Folgen-Episoden. In den Staaten, und leider wieder mal nur in den Staaten, ich habe schon mal kurz das Thema angestreift, auch hier in der Daily, hat Facebook Live-Audio-Rooms sowie Podcasts freigeschaltet. Was ist das neue Dings jetzt? Nein, kein Gadget dieses Mal, sondern wieder mal ein Stückchen Software. Es ist das, was Facebook der Plattform Clubhouse entgegenwirft und damit eben Nutzer wieder zurückgeholen möchte. Doch es ist nicht für alle geöffnet. Facebook lässt da ein paar einzelne Nutzer rein, die dann auch Sprecher sein können. Die jeweiligen Räume können ca. 50 Sprecher gross sein und die Zuhörerschaft ist unbegrenzt, also nicht wie bei Clubhouse. Und ja, ein paar Facebook-Gruppen dürfen auch und ausgewählte Podcasts dürfen da mit rein. Mal schauen, wenn das dann auch zu uns kommt. Neuigkeiten für alle, die ein Fritz Repeater 3000 besitzen. Jetzt gibt es auch für die das Fritz OS 7.27. Wenn ihr also ein solcher besitzt, unbedingt updaten. Ist definitiv nicht verkehrt. Und im gleichen Zeit- oder Atemzug weise ich auf mein neuestes Video am Pogipsi Network YouTube-Channel hin. Das handelt nämlich um den Nachfolger diesen, dem AVMR Fritz Repeater 6000. Ein unserem neuesten Familienmitglied, das fleissig zu Hause werkelt und unser WLAN optimiert und verbreitert und, und, und. Macht auf jeden Fall Spass mit dem Teil. Und zu guter Letzt gibt es eine Neuigkeit, die aus dem Hause Elon Musk, oder besser gesagt Tesla. Und nein, Elon geht nicht auch in die Lüfte, wie es Jeff Bezos und wie heisst der andere von Virgin, der Engländer, glaube ich, auch tut. Nein, er geht nicht in den Weltall. Er hat seinen Supercomputer vorgestellt. Und zwar einer, der es in sich hat. Aber es ist nicht das Endprodukt. Denn schon länger spricht Elon Musk von seinem Plan rund um den Supercomputer Dojo, der dann nochmals deutlich stärker sein soll als das aktuelle Projekt. Und das ist schon der fünftschnellste Supercomputer auf der ganzen Welt. Ja, was kann der, was soll der machen? Ganz einfach, all die gesammelten Daten, die all die Teslas auf dieser Welt eingesammelt haben, die sollen sie verarbeiten, verwurseln und in bessere Algorithmen einbauen, fliessen lassen, sodass das von ihm immer wieder mal versprochene, vollständig autonome Fahrzeug dann auch bald Wirklichkeit werden könnte, kann sein, tun wird. Ja, ich freue mich drauf und ich denke, der Achim sicherlich auch. Aber bis dahin wird noch ein bisschen Zeit vergehen und die geniessen wir jetzt mal mit dem heutigen Tag. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Start in den heutigen Tag. Bis zur nächsten Episode. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. !